Der ist jetzt nicht mehr da. Gibt's da auch noch? Da gibt's nur noch Ihres und... Das ist nicht Sprengküß, was? Das war am Ende sehr gut. Aber die sahen vorher sehr schön. Aber die vorher fettig waren. Genau, aber die vorher fettig waren. Das war ja irgendwann mal egal. Ja, ich dachte, ich hätte da mit der Profi-Bäcker sind zu tun. Wenn du holst, gibt's hier ein bisschen. Komm, rück vor! Kommt alle!